Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesner News. Heute reden wir über musikalische Fotografie, über Star Wars und über ganz, ganz viele neue Objektive. Also bis zum Ende dabei bleiben. Ich fange mal an mit was zum Schmunzeln. Miobs. Miobs ist eine Firma, die kenne ich, die bauen so einen Drehteller für Timelapses. Wo man nennt, man macht Timelapse und dreht dabei die Kamera so. Den habe ich hier irgendwo liegen, irgendwie auch nie benutzt. Mal gesehen beim Kumpel und gesagt, oh, muss ich haben. Und dann irgendwie nie benutzt. Aber nichtsdestotrotz, die haben sich mit einem Musiker zusammengetan und haben einen Song gemacht mit Kameraauslösern. So, klick, 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 klick. Witzig, es ist kurz, aber kann man mal reingucken, weil jeder Fotograf sofort anfängt zu grinsen. Gegrinst habe ich auch bei folgendem Artikel, den habe ich letzte Woche schon versprochen und dann nicht geliefert. Im Interview, Sigmar, da fragt man sich, oder? Sigmar hat also ein bisschen zugegeben, dass sie überrascht waren, dass jemand ihre Objektive kaufen möchte. Und zwar Fuji-User. Sie sind quasi scheinbar überwältigt von der Nachfrage nach ihren Objektiven für Fuji. Ja, also ihr habt das schon lange gesagt, ihr wollt das haben, ich wusste schon lange, dass wir das haben wollen. Weil das Problem bei Fuji ist ja, dass sie coole Kameras bauen und halt sehr teure Objektive, die man sich dann nicht unbedingt leisten kann oder möchte. Und bei gleicher Qualität zum deutlich günstigeren Preis, ja, natürlich verkaufen die sich. Und natürlich ist da auch ein Nachholbedarf, weil sicherlich viele Fuji-User schon lange geliebäugelt haben, zum Beispiel mit dem Fuji 56mm. Und jetzt sagen, ja, das ist mir zu teuer. Und jetzt, dass die beim Sigma Objektiv jetzt zuschlagen oder so. Also sie sind positiv überrascht von der Nachfrage. Und das heißt, sie werden auch weiterhin darauf setzen. Und auch dieses Jahr kommt voraussichtlich das, was ist das, 1650, glaube ich, 2.8, was sicherlich eine gute Sache ist für das Fuji-System, dass da so ein bisschen Bewegung reinkommt. Weil auch diese Standard-Zooms oder die Zooms, so muss ich sagen, von Fuji, sind zwar gut, aber halt eben auch sehr hochpreisig. Und je nachdem, wie der Straßenpreis nachher ist von dem Sigma, ist das sicherlich gut, dass die reinkommen. Das erinnert mich dann immer so ein bisschen an BMW, so BMW, ne, Auto. BMW sagen ja immer noch so, die sind die Letzten, die sagen, nee, E-Auto, ich glaube, das setzt sich nicht durch. Alles, was sie an E-Autos produzieren, ist ausverkauft, ne, irgendwie so. Aber so quasi, ich produziere mal eine neue Serie E-Autos, ausverkauft. Nee, E-Autos will keiner haben, glaube ich. Hallo? Redet da mal irgendwie jemand miteinander und so? Na gut, habe ich ein bisschen geschmunzelt, weil ich das gerade die Tage gelesen hatte. Weil BMW an der Börse auch so ein bisschen abgestraft wurde. Genau deswegen, weil sie sagen, nee, E-Autos, da sind wir nicht so sicher, ob das was wird. So, bleiben wir nochmal wieder kurz zurück zu Sigma. Sie bringen ein neues Objektiv, ein 1628, hatte ich neulich schon gesagt. Das ist scheinbar inzwischen sehr konkret, das ist am ehesten immer wieder alles geliebt. Ich weiß nicht, Sigma hat da so ein Problem mit den Gerüchten. Weil die wollen immer, die sind sehr hinterher, dass es nicht rauskommt. Also Riesentheater immer bei denen. Aber es kommt immer alles raus. Sie haben da irgendwie einen Team, der mit der Presse spricht. Na gut, also ein 162828 kommt scheinbar am 1.6. Und wir wissen scheinbar schon alles, 16 Elemente, 11 Gruppen. Kurz ist der Fokusdistanz 25 cm, das ist sehr wenig. Nicht vergessen, 25 cm vom Sensor gerechnet. Das ist dann nicht plötzlich, nicht sehr viel. Klingt natürlich spannend, das ist quasi fast schon Makro-Ultraweitwinkel. Das könnte interessant sein. Außerdem 72 mm Filterdurchmesser und 450 Gramm. Zum Vergleich, das G-Master, das hat 82 mm Filterdurchmesser. Das hat ein großer Trümmer. Und 82 zu 72, deutlich kleiner. Bei 16 mm. Das heißt aber auch, es wird sicherlich eine starke Vignette haben, Verzerrung und so weiter. Werden wir sehen. Das ist jetzt Spekulation. Weil, dass das G-Master so groß ist, hat ja einen Grund. Die Größe ist besser. Wenn man es nicht tragen muss. Aber zum Fotografieren ist es besser, weil optisch mehr Glas, mehr Licht und so. Das wäre, da wäre was. Also wir sind gespannt am 1.6. Ich lasse es euch dann wissen. Sobald Sigma, liebe Sigma-Team. Wo ist mein Objektiv? Sobald ich da sobald mehr weiß. Nikon Z9. Nikon Z9 hat so ziemlich alles an Preisen abgesahnt, was man absahnen kann. Ich verlinke mal so eine Auflistung an Preisen, einschließlich dem Red Dot Preis. Wundert mich nicht, weil es wirklich eine gute Kamera ist und halt auch preislich sehr, sehr aggressiv platziert. Dementsprechend sind sie scheinbar auch die am meisten verkauften Kameras in dem Pro-Segment. Verstehe ich. Wobei der Markt natürlich im Moment verzerrt ist. Versucht mal eine R3 zu kriegen von Canon. Geht ja nicht. Z9 dauert, aber geht zumindest. Die R3 geht ja scheinbar gar nicht. Also von so her ist das natürlich verzerrt, aber es ändert nichts daran, dass es eine fantastische Kamera ist, die ich gerne hätte innen geschrumpft. Also eine Z7 III, die das kann, was die Z9 kann. Nach der würde ich mir natürlich die Finger lecken. Die Z9 selbst hat mir einen zu großen Body. Sony. Totgesagte leben länger. APC. Ich habe ja schon öfter so ein bisschen geungt, dass Sony APC fallen lässt und das so ein bisschen aussterben lässt und so. Scheinbar nicht. Scheinbar bringen sie gleich drei neue Objektive. Und zwar eine 11mm 1.8. APC. 11mm 1.8. Das klingt natürlich nach einem Traumobjektiv für Sternenfotografie. Bleiben wir jetzt abzuwarten. 15mm 1.4. Also ein bisschen das Pendant zu dem Sigma 16mm 1.4. Das ist auch schon ein paar Jahre alt. Also man sollte meinen, Sony kriegt das inzwischen besser hin, wobei das Sigma ist gut. Und dann ein 10-20 F4. Neues. Sie haben ja schon einen 10-18 ist es, glaube ich. Das ist schon ein paar Jahre alt. Und okay. Also gut, aber nicht sehr gut. Von so her kann man abwarten, ob das neue dann irgendwie optisch deutlich besser ist. Gerüchtemäßig werden die sehr klein und kompakt, das ist ja auch so ein Trend, sehr, sehr kleine, kompakte Objektive zu bauen, die dann dafür optische Kompromisse haben. Werden wir sehen. Aber vielleicht ziehen sie da alle Register an, hauen da richtig was Gutes raus. Und in die gleiche Gerüchteküche geht natürlich jetzt so ein bisschen die A7000. Kommt sie vielleicht doch, die legendäre, nur halt später, weil Sony nicht bauen kann. Das ist ja ein bisschen so ein Problem im Moment, dass die Hersteller zu wenig Komponenten haben und dann die Geräte bauen, die eine hohe Marge haben. Also Mercedes zum Beispiel gerade so ein Thema, dass die halt vor allem die teuren Luxuslimousinen bauen, weil sie eine höhere Marge drauf haben. Deswegen laufen die an der Börse gerade sehr gut, weil sie sehr viel Geld verdienen damit und dann so die A-Klasse oder so vielleicht ein bisschen aussterben lassen. Und das war ja die Sorge, dass Sony das auch so ein bisschen macht. Die A-PC kann auch so ein bisschen aussterben lassen. Scheinbar nicht. Sehr gut natürlich, freuen wir uns alle. Also die A6400, falls du sie hast, noch nicht wegpacken, sondern es gibt eine Zukunft dafür. Vanity Fair, wenn du dafür mal ein Covershooten möchtest und dazu Informationen suchst, ich verlinke ein Video, wo die Libowit dabei war. Übrigens mit einer Sony-Kamera dieses Mal, die halt irgendwie jedes Mal eine andere Kamera hat. Ich weiß nicht, ob sie einfach auch so ein Foto-Nerd und spielt immer mit den neuesten Gadgets rum und wollte halt mal mit der Sony ausprobieren. Letztes Mal habe ich sie mit der Fuji im Mittelformat gesehen. Also schmunzle ich halt immer so ein bisschen. So zum Thema mehrere Themen vielleicht da ganz kurz. Weil ich höre immer, wenn ich sage irgendwie Kamera und so weiter, höre ich immer sofort, ja egal. Ein guter Fotograf macht mit jeder Kamera gute Bilder. Ja, aber ein guter Fotograf hat auch eine sehr, sehr gute Kamera. Immer. Also die Libowitsch. Ja, die könnte auch mit einer kompakten Kamera schöne Fotos machen. Aber wenn sie kann, nimmt sie top of the line. Weil besser. Nicht vergessen. Und sie hat halt immer ein Riesenteam dabei und so. Irgendwie immer jemand, der ihr die Kamera reicht und so weiter. Wenn sie sagt 15 Millimeter, dann reicht ihr jemand eine Kamera mit einer 15 Millimeter dran. Sie wechselt ja nicht selbst objektiv. Schmunzle ich immer so ein bisschen. Das heißt nicht, dass sie das nicht kann. Ich weiß, wie sie angefangen hat. Sie hat übrigens auch ein sehr gutes, es gibt ein sehr gutes Buch über sie. So ein bisschen ihre Story. Das lohnt sich, das zu gucken. Na gut. Zurück zu dem Video. Also da sieht man halt so die Star Wars Charaktere, wie sie dann nachher halt das Cover macht. So ein bisschen so. Also kein Tutorial, aber so ein bisschen Behind the Scenes. Rico. Die gibt's noch. Tod gesagt, die leben länger. Rico bringt eine neue Outdoor-Kamera. Also so eine wasserdichte, kompakte Kamera, mit der man dann halt schnorcheln gehen kann und so weiter und so fort. Passend zur Sommersaison, wenn sie dann lieferbar ist, kannst du damit also tauchen gehen in der Ostsee in deinem nächsten Badeurlaub oder so. Wir werden sehen. Habe ich tatsächlich schon öfter überlegt, ob ich nicht sowas mal besorge für meine Tochter, die ist vier Jahre alt. Ist halt noch, weil die dürften mal runterfallen, ne? Aber ist halt einfach noch zu klein. Also sie macht mit dem iPhone hin und wieder so Schnappschüsse und so weiter, wo sie ganz stolz ist, dass da so ein halber Hund mit drauf ist und so. Und total cool und ich unterstütze das. Aber das wäre jetzt, glaube ich, so ein bisschen so. Ja, kommt ja dann. Das bringt einfach noch nichts, ne? Da warte ich, glaube ich, noch ein Jahr. Falls du nicht warten möchtest mit Wallbox, ich habe neulich ein Video gemacht zum Thema eben Wallbox, Wärmepumpe, Solaranlage, so ein bisschen so die Praxisprobleme, die man auch bei der Planung so ein bisschen berücksichtigen sollte. Falls dir das Thema noch mehr interessiert, der ADAC hat gerade einen Test gemacht, Wallboxen, zwölf Wallboxen. Und da sind auch nochmal so ein paar Tipps und Tricks drin, so ein bisschen worauf man achten sollte beim Kauf. Das verlinke ich also nochmal, falls sich das Thema Wallboxen gerade fasziniert und du einen Elektriker findest, der dir das innerhalb der nächsten drei Jahre installiert. Weil, ja, find man Elektriker, ne? Wenn du Kinder hast, lass die Elektriker werden. Deutschland braucht Elektriker, ich sag dir das. Ausgesorgt für den Rest des Lebens sind Elektriker. So, rüber zu Hashtag Wiesener News. Pack dein Hashtag dran, damit wir hier drüber sprechen. Das hat zum Beispiel der Michael Müller gemacht, der war in Osterode am Harz unterwegs. Bleibt mal hängen, oder? Also ein grünes Foto ist gar nicht einfach, ein grünes Foto zu machen, das nicht nur grün ist. Also die Äste zum Beispiel, die sind ja nicht grün, die sind ja braun. Es ist nicht super scharf geworden, aber es macht nichts. Schöne Stimmungsfoto. Abstrakt genug, dass es abstrakt ist und dass man sich ein bisschen fragt, was ist gerade so beim Durchblättern, was ist denn das überhaupt? Man bleibt hängen und zwar positiv hängen. Also finde ich gut, Michael Müller, tolles Foto, danke dafür. Cat, Dog & Horses, da ist jemand ein Tierfan und zwar auch ein Marienkäfer-Fan. Aus irgendeinem Grund war diese Woche ziemlich viele Marienkäfer-Fotos dabei, aber alle gleich. Makro, Marienkäfer, ja, ich weiß, es ist schwierig, aber ja, wenn er zehnmal das gleiche Foto ist, dann nehme ich es nicht in die Liste. Das habe ich reingenommen, weil ich da total hängen geblieben bin. Auch wieder beim Durchblättern, und zwar interessant, beim Durchblättern hängen geblieben, oh, Marienkäfer. Bevor ich so richtig, also aus dem Stammhirn so quasi, Mustererkennung, bevor ich so richtig geschnallt habe, was es ist, habe ich schon quasi, so wie Säbelzahntiger laufen. Marienkäfer. Also witziges Foto, also nicht witzig, aber schönes Foto, toll gesehen mit dem Gegenlicht und mit dem Getreide drin, dann auch wahrscheinlich stark nachbearbeitet, damit man den Marienkäfer überhaupt als Farbe sieht, gar nicht so einfach sowas. Aber geschmackvoll, also gefällt mir sehr gut. Lieber Tierfan, toll geworden, das Foto. Und da war Fabu Klix, der war in Köln unterwegs, ein abstraktes Foto. Man kann gar nicht richtig sehen, das sind wahrscheinlich keine Stahlseile, sondern wahrscheinlich sieht aus wie, tatsächlich wie Band. Das werden irgendwie Bänder werden. Also ich weiß nicht, was es ist, steht nicht dran. Aber nichtsdestotrotz abstrakt und auch schöner Bildausschnitt und so weiter und auch schön nachbearbeitet mit dem Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß, das ist Schwarz-Weiß, keine Grautöne. Also cool, cool, im Sinne von abstrakt bleibt man hängen. Überlegt auch so ein bisschen, was ist das wohl? Also ich bin wirklich hängen geblieben, ein paar Sekunden erstmal überlegt, was kann das sein? Schön wäre, es würde auch dabei stehen, was es ist, damit das Rätsel geklärt wird. Also lieber Fabu Klix, mach doch gerne noch einen Kommentar dazu, was es ist. Dann können wir da auf Instagram mal vorbeigucken. Soviel dazu. Team Wiesner. Diverse Sachen. Liegt hier schon länger rum, vergesse ich jedes Mal. Der Manuel hat mir eine selbstgemachte Kameraschleife geschickt. Also die zum Umhängen. Ich benutze solche Kameraschleifen halt nicht, aber trotzdem natürlich vielen Dank dafür. Manuel, die werde ich an irgendeine Kamera ranhängen. Alle anschauen, was gut aussieht. Ich kriege öfter Care-Pakete verschiedenster Art, wie jetzt zum Beispiel auch selbst gemacht. Interessanterweise haben mich mehrere angeschrieben. Ich habe mir hier so ein Kameragot selbst gebaut. Darf ich dir den zuschicken? Nee, nutze ich halt nicht wirklich. Und vor allem brauche ich nicht mehrere davon, aber es war scheinbar irgendwo ein Thema, dass das irgendwie jetzt viele von euch selbst gebastelt haben. Nebenbei, bitte keine Essenspakete schicken. Ich kriege tatsächlich auch Essenspakete. Irgendwie habe ich eine Packung voller Kekse gekriegt. Ja, die esse ich dann nicht. Entschuldigung, die habe ich weggeworfen. Ist total doof für mich, weil ich kenne dich nicht. Ich weiß ja nicht, ob die vergiftet sind oder was. Wie soll ich das wissen? Das ist tatsächlich ein Problem, weil du das Gefühl hast, ich bin dein Kumpel, weil ich seit Jahren in deinem Wohnzimmer hocke. Aber ich kenne dich nicht. Stell dir vor, da schickt dir jemand Wildfremdes ein Paket mit Keksen. Isst du sie oder isst du sie nicht? Schwierig. Deswegen, das bitte sparen und ich habe es auch nicht nötig, ganz ehrlich. Da sind schon noch ein paar Kekse drin am Bauch hier. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich immer über Pakete. Wir schicken auch häufig Leute Fotos und so weiter. Und ich freue mich da auf. Jetzt zeige ich die nicht jedes Mal, aber ich freue mich da natürlich immer drüber. Also vielen Dank, Manuel, für den Kameragurt. Übrigens, gleich kommt, speaking of Kameragurt, gleich kommt die Elena. Heute ist ein bisschen Kampftag bei uns. Das neue Zielfotomagazin ist gekommen. Und heute ist so ein bisschen der ganz große Tag, wo wir einen Großteil einpacken wollen. 140 Seiten, bunte Bilder drin natürlich. Auch abstrakte Bilder drin, zum Beispiel von einem Zolag hier. Also ein paar Gastbeiträge. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut geworden. Also die letzten Tage vorher, bevor sie kommt, bin ich immer super nervös. Aber ich glaube, es ist gut gekommen. So, die ersten 120 haben wir schon verschickt. Heute sollen nochmal 300 rausgehen. Und der Rest geht dann am Montag raus. Am Montag kommt DHL mit dem Laster. Nur um sich das mal vorzustellen. Wir haben hier 300 Postkisten. Diese gelben Kisten. 300 Stück. Die sollen bis Montagmorgen voll sein, damit der Lkw die abholen kann. Und dann habe ich auch keinen Bock mehr auf Zielfoto und auf Kisten. Das ist immer so ein bisschen Kampftag. Der reguläre Verkauf geht dann halt eben los im Juli. Weil wir so ein bisschen Sommerpause machen, geht es erst im Juli richtig los. Dann habe ich mehrere Videos gedreht, über die ich noch nicht sprechen darf. Aber die dann demnächst kommen, sobald ich die Freigabe dafür erhalte. Ein paar gute Videos. Letztes Wochenende war ich in der Nähe von Berlin unterwegs, bei Belitz. Auf so einem Bio-Bauernhof bei Freunden. Und habe da ein cooles Video gedreht zum Beispiel. Da habe ich ein paar Mal geschmutzt beim Schauen. Das wird, glaube ich, gut. Mehr dazu dann, sobald ich darf. Reden darf ich über den Andreas Jorns, der hier natürlich auch dabei ist. Der hat mir ein Buch geschickt. Und zwar war der ganz interessant natürlich. Der ist ja Leica, so ein bisschen ein Leica-Fan. Und der hat eine Ausstellung gemacht zusammen mit Leica. Und hat dazu ein Buch gebracht. Das Buch zur Ausstellung 2022. Mit leeren Seiten. Nein, da sind nicht nur leere Seiten drin. Da sind natürlich auch Bilder drin. Also ein bisschen Feinart-Print. Mehr dazu dann drüben beim Andreas Jorns. Falls dich da viel interessiert. Und ich bin natürlich so ein ganz bisschen... Ich habe noch nie mit der Leica fotografiert. Und ich bin da auch gar nicht dran interessiert. Aber so ein bisschen leidisch bin ich ja schon. So eine Ausstellung mit Leica zusammen. Das macht schon nicht jeder, ne? Das muss ich so ein bisschen sagen. Leica, bunte Bilder statt schweißweiß. Ne, ist ja gut. Ich gönne ihm das total. Auch weil er so ein lieber netter ist. Falls du das Video mit ihm noch nicht geschaut hast, das wir letztes Jahr gedreht haben mit dem Sebastian zusammen. Wo er, ich glaube eine Stunde, dann geht das stundelang Porträtfotografie. Ein bisschen erklärt und zeigt und tut und macht und so weiter. Unser wahrscheinlich bestes Video. Zumindest was euch angeht. Irgendwie weiß ich nicht. 4.000 Likes und so weiter. Also falls du es noch nicht gesehen hast, ich verlinke das nochmal unbedingt anschauen. So. Ich muss jetzt Kissen packen gehen. Wir sehen uns dann nächste Woche. Bleib gesund. Bis dahin. Tschüss.